Und im Namen der Lufthansa der Gesamtbesatzung möchte ich Sie ganz herzlich an Bord dieses Airbus A320 willkommen heißen. Zusammen mit meiner Kollegin hier vorne im Cockpit, Ersten Offizier Magdalena Lange, haben wir die Vorbereitungsarbeiten für den Flug soweit abgeschlossen. Haben Sie schon ein bisschen eher hier an Bord genommen, weil die Flugzeit nach München heute relativ lang ist. Und um da pfündlich anzukommen, haben wir Sie schon mal borden lassen. Aber wir haben jetzt das Problem, dass von ein paar Gästen die Flugdokumente nicht in Ordnung waren. Die können jetzt nicht mit uns reisen, haben aber einen Koffer aufgegeben und die müssen wir aus Sicherheitsgründen jetzt erst nochmal suchen. Das dauert nochmal 5, 6, 7 Minuten. Sobald der Koffer gefunden ist, gehen dann die Türen zu und wir lassen die Triebwerke an. Regen Sie dann schnellstmöglich Richtung München. Moment, sieht es nur aus, als würde das eine pünktliche Landung nachher werden. Damit übergebe ich Sie jetzt erstmal in die Hände meiner Kolleginnen und Kollegen in der Kabine. Und für später wünsche ich uns allen einen schönen Flug. Guten Morgen, meine Damen und Herren, mein Name ist Rolf Friede. Ich bin Ihr Captain on the flight to the airport of Munich. Und in der Behörde Lufthansa und der entire Crew. Ich möchte Sie hier an Bord des Airbus A320. Together mit meinem Kollegen hier in der Cockpit First Officer Magdalena Lange, wir haben die Präparation für das Flug. Wir hatten die Entdeckung zu departen ein bisschen früher hier, wegen der langen Flugzeit nach München. Nichtsdestotrotz, wir haben ein paar Passengerinnen mit missingen Dokumente. Und sie können uns nicht fliegen mit uns heute, wegen der missingen Dokumente. Nichtsdestotrotz, wir müssen die Begröße aufbauen. Und das dauert ein paar Minuten von jetzt. Als die Begröße sind und die Begröße sind geöffnet, wir beginnen die Engines und bringen Sie als schnell wie möglich nach München. Und jetzt sieht es, dass wir nur auf Zeit landen. So for now, I hand you over to my Cockpit in the cabin. And for later, I wish you all a pleasant flight.